Im Unterricht Entwurf Modezeichnen entwickeln wir die Idee eines Entwurfs bis zur fertigen technischen Zeichnung für die Werkstätte. Wir lernen zum Beispiel unterschiedliche Mal- und Zeichentechniken kennen und lernen, wie man eine Figurine zeichnet. Man braucht für den Unterrichtsgegenstand keine Vorkenntnisse, allerdings ist es wichtig, dass man Freude am kreativen Arbeiten und Zeichnen hat. Um ein Projekt erfolgreich abschließen zu können, spielt auch Qualität eine wichtige Rolle. Im Unterrichtsgegenstand Projekt und Qualitätsmanagement werden die Grundlagen vermittelt. In der dritten Klasse wird ein eigenes Projekt gestartet, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihr selbst genähtes Kleidungsstück vorführen. Dort. 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 Vielen Dank.